Was hindert dich daran, dich nicht zu trauen, authentisch zu sein, dich selbst zu sein, deinem Herzen zu folgen, sichtbar zu werden, deine Kreativität ans Tageslicht wieder zu fördern, dich zu fragen, wie kann ich über meine Kreativität auch dem Ruf meiner Seele folgen, meinen Seelenplan entdecken, meinem Seelenplan folgen. Wie kann ich aufhören oder was lässt mich glauben, dass ich mich immer verbiegen muss, um es anderen gerecht zu werden, um das Leben der anderen zu leben, aber nicht ich selbst. Was hindert mich immer noch daran, in meine Selbstverwirklichung zu kommen? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein, dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute geht es mir besonders gut, denn wir hatten gestern den ganzen Tag unseren Auszeittag, meinen ganzen Tag in einer Therme, haben es uns gut gehen lassen mit Sauna, mit Aufgüssen, mit Massagen und ja, waren gestern Abend natürlich auch noch lecker essen. Und abends, wenn wir dann heimkommen, das Wichtigste, was wir dann machen ist, den nächsten Termin in vier Wochen wieder im Kalender fix zu machen. Das ist übrigens etwas, was ich dir auch empfehlen würde. Gönn dir immer und regelmäßig einen Tag Auszeit. Mach etwas nur mit dir alleine oder mit deinem Partner alleine und lass es dir, lass es euch einfach gut gehen. Gestern war jetzt zufälligerweise vom Kalender her, war ein Dienstag, aber wir machen das seit Jahren regelmäßig und das ist so, so wertvoll. Das würde ich dir auch ans Herz legen. Ich sehe gerade, ich habe schon live Zuschauer hier dabei. Gib mir doch gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu sehen und zu hören bin. Hallo liebe Christine, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier dabei bist. Ja, wunderbar. Heute geht es um Selbstverwirklichung und ich habe da zwei Dinge mir überlegt, um dir dieses Thema mal näher zu bringen, damit es hier mal wirklich bewusst wird, damit dir so ein bisschen was wie Schuppen von den Augen fällt. Und zwar habe ich als allererstes hier mal einen 100 Euro Schein bzw. ein Stück Papier und da steht 100 drauf und da ist hier auch noch so ein Siegel und diesem Schein messen wir 100 Euro bei. Richtig, als wir vor vielen Jahren mal ein Geldhörbuch produziert haben, fand ich das so sinnig, deshalb ist mir das jetzt hier eingefallen. Ich habe hier ein Blatt Papier in einer gewissen Form und da steht 100 Euro drauf und diesem messen wir einen Wert von 100 Euro bei. Natürlich, wir können dafür einiges kaufen. Mein Sohn kam damals zu mir, ich weiß nicht mal wie alt er war, 6, 7, keine Ahnung und sagte zu mir, Mama guck mal, also er hatte seine Sparbüchse aufgemacht und Geldschein rausgeholt und gesagt, schau mal wie viel Scheingeld ich habe. Und da dachte ich auch, wow, das Universum reagiert gerade und gibt mir da noch weitere Ideen und Gedanken und Anreize für dieses Geldhörbuch, das wir damals kreiert haben. Also letzten Endes, es ist bedrucktes Papier, für das wir viel kaufen können, aber nichtsdestotrotz, wir messen diesem Jahr einen Wert 100 Euro bei. Okay, so, jetzt hole ich mal diesen Schein und zerknippere diesen Schein hier, könnten noch auf den Boden werfen und noch drauf rumtrampeln, will ich mir jetzt vor der Kamera ersparen. Und da habe ich hier so einen Knäuel. Und wenn ich jetzt hingehe und diesen nochmal aufmache und entfalte, was ist dieser Schein dann wert? Weniger oder kann ich damit immer noch ins Geschäft gehen und für 100 Euro mir etwas kaufen? Richtig, ich kann ihn ein bisschen kletten, ist nun mal ganz so glatt, wie er war, aber er ist immer noch 100 Euro wert. Ich kann mir immer noch eine Gegenleistung dafür holen von 100 Euro. Und das als Metapher für uns, für dich, wenn wir das Licht der Welt erblicken, dann sind wir auch erstmal hier mit unserem Seelenplan, mit den Dingen, die wir hier entdecken und verwirklichen wollen. Und dann strömt das Umfeld auf uns ein, mit ganz vielen Prägungen in der Kinderstube. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dumm, andere können das, du doch nicht. Und, 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 dieser ganze Kram, was hier ungefiltert in unser Unterbewusstsein reingekommen ist und noch eine Etage tiefer im Laufe der Jahre gesackt ist in unser Unbewusstes. Und jetzt geht es darum, dass du dich auch wieder entfaltest und entwickelst, in die Selbstverwirklichung kommst. Denn mit den ganzen Narben und Dingen und den Verletzungen, die wir alle in uns tragen, können wir entweder weiter klein bleiben oder wir können uns wieder entfalten, in unsere wahre Größe kommen. Denn unser Wert, unser Selbstwert ist immer noch da. Unser Selbstwert ist immer noch da. Wir tragen nur Themen in uns, die uns anderes glauben lassen. Okay? Ich hoffe, ich kann dich mit dieser Metapher hier wirklich im Herzen berühren und wachrütteln, dass du eine wertvolle Persönlichkeit bist und dass es jetzt darum geht, wirklich deine Persönlichkeit zu entfalten, ans Tageslicht zu kommen, deine Gaben, dein Potenzial wieder auszugraben und dich zu entfalten. Und diese ganzen Verletzungen und Themen und der ganze Kram, der in dir ist, lade ich dich dazu ein, heute mal ein Ritual zu machen. Nimm dir einen Stift, nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir da bitte mal auf. Oder noch eine andere Geschichte fällt mir gerade noch ein, wie wir uns da einfach verhalten auch. Weil das gar nicht merken, dass wir hier so zerknüllt und klein sind. Und darum geht jetzt in die Selbstverwirklichung nochmal zu kommen. Und zu merken, dass das Leben viel zu schade ist, um es an uns vorbeiziehen zu lassen und weiter in diesem Tunnelblick drin zu sein. Und zu glauben, es geht ja nicht anders, weil, weil, weil. Es gibt so eine Geschichte von den Fröschen, vielleicht hast du die auch schon mal gehört, die fällt mir jetzt gerade ein. Und es ist bitte nur eine Geschichte, also ich ernähre mich absolut vegetarisch, vegan, ich esse keine toten Tiere. Deshalb, es ist bitte nur eine Geschichte, die es aber wirklich auf den Punkt bringt, auch noch als Metapher. Führ dein Gehirn, wie wir Menschen uns verhalten, um dich wach zu rütteln. Da ist ein Topf mit Wasser, mit kühlem, angenehmen Wasser. Und da sind Frösche drin, die schwimmen in dem Topf und fühlen sich pudelwohl. Und dieser Topf steht auf einer Herdplatte. Und die Herdplatte, die wird angemacht. Und da beginnt das Wasser sich zu erwärmen. Und die Frösche sind in diesem Wasser, sie merken zwar nach einer Weile, okay, es wird immer wärmer und wärmer und wärmer, aber es geht ganz so langsam, es ist ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Die Frösche bleiben drin, die treffen keine Entscheidung, weil sie merken zwar, es wird wärmer und wärmer, aber okay. Ja, wir bleiben drin. Es ist ein ganz schleichender Prozess, den sie nicht merken, dass irgendwann das Wasser so heiß ist, dass sie nicht überleben können und auch keine Chance mehr haben, da rauszukommen und sie sterben. Ist aber ein Topf mit Wasser da, mit heißem Wasser und da sitzen Frösche rundum und spüren gleich, das Wasser ist heiß. Würden sie da reinspringen? Nein, natürlich nicht, weil sie genau wissen, wenn ich da reinspringe, dann überlebe ich da drin nicht. Und das ist eine weitere Metapher als wir, als du auf die Welt gekommen bist. Da hattest du deinen Seelenplan und wolltest diese Welt entdecken und wolltest dich selbst verwirklichen. Du wolltest die Dinge tun, die deinem Herzen entsprechen. Du wolltest dich nicht verbiegen. Du wolltest nicht es anderen gerecht machen. Du wolltest nicht drüber nachdenken, was die anderen über dich denken. Du wolltest dein Ding machen. Und so warst du in diesem Topf mit dem klaren Wasser und hast dich wohl gefühlt. Und jetzt hat es irgendjemand auf den Herd gestellt und jetzt beginnt das Wasser warm zu werden. Mit anderen Worten metaphorisch gesprochen, das Umfeld war da. Das hat es auch nicht böse mit dir gemeint. Die haben alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Weil sie ja letzten Endes auch wie ein Frosch im Topf sind. Im heißen Topf. Manche sind so unterwegs, dass sie zwar noch im Körper leben, aber eigentlich schon tot sind und irgendwann mal beerdigt werden. Es ist erschreckend, wenn man durch die Straßen geht und die Menschen mal anschaut, ins Gesicht schaut. Was für verhärmte, verkrämte Gesichter, was für einen Gesichtsausdruck manche haben oder mit der Körperhaltung schon so da rumlaufen. Das ist erschreckend. Das tut mir manchmal in der Seele weh, wo ich manchmal aus dem Auto gern aussteigen würde und zu jemandem gehen würde und sagen, hey, wach doch endlich mal auf. Und so ist es mit uns geschehen, dass wir dann, wenn wir angefangen haben, hier das Licht der Welt zu abblicken, ganz viele Muster und Prägungen zu uns gekommen sind. Und das Wasser immer wärmer und wärmer und wärmer geworden ist. Und wir haben es gelernt, uns darin zu arrangieren in diesem Wasser. Aber das war nicht der Plan. Das hattest du nicht mal vor, dich einfach nur zu arrangieren. Und jetzt treff mal bitte die Entscheidung aus diesem warmen oder vielleicht ist es schon recht heiß, das Wasser, ganz, ganz rasch auszusteigen. Auszusteigen und zu dir selbst zu finden, deinen Seelenplan wieder zu entdecken. Hier auf dein Herz zu lauschen. Dein Herz weiß das. Dein Herz weiß ganz genau noch. Es geht nur darum, sich wieder daran zu erinnern, was du dir als Seele mal vorgenommen hast, als du hier auf diese Welt gekommen bist. Beginne auf dein Herz und auf deinen Bauch zu lauschen. Okay. Und da würde ich dich dazu einladen, das heute mal mit einem Ritual zu machen. Dich nämlich von all diesem ganzen Kram zu verabschieden, was hier reingekommen ist, in dein Unterbewusstsein, ins Unbewusste abgesagt ist. All die Dinge, die dich bislang daran hindern, in deine wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen. Und da kannst du dir jetzt einen Satz mitschreiben und nachher dann, wenn du jetzt gleich keine Zeit hast, aber mach es bitte zeitnah dann heute, spätestens heute Abend. Notier dir mal den Satz, was habe ich bislang gesagt, getan oder auch gedacht, was mich bis heute daran hindert, in meine wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen. Was habe ich bislang getan oder mit mir machen lassen, was mich vergessen hat, warum ich eigentlich hier bin. Was habe ich bislang gesagt, gedacht oder getan, was ein Deckel über meine wunderbaren Fähigkeiten gemacht hat, was wie Schleier über mir liegt, an Programmen, an Prägungen, das mich jetzt immer noch daran hindert, meine wahren Gaben, meine Einzigartigkeit, mein Potenzial, meine Kreativität, meine Stärken ans Tageslicht zu bringen, meine eigene Kraftquelle selbst zum Sprudeln zu bringen. Diese Kraftquelle ist in dir, sie ist nur verschüttet und mit diesem Satz und einem Bleistift und ein leeres Blatt Papier gehst du mal ins Brainstormen mit dir und schreibst mal die ganzen Dinge auf, die da aus dir herausfließen. Also, was hindert dich daran, dich nicht zu trauen, authentisch zu sein, dich selbst zu sein, deinem Herzen zu folgen, sichtbar zu werden, deine Kreativität ans Tageslicht wieder zu fördern, dich zu fragen, wie kann ich über meine Kreativität auch dem Ruf meiner Seele folgen, meinen Seelenplan entdecken, meinem Seelenplan folgen, wie kann ich aufhören oder was lässt mich glauben, dass ich mich immer verbiegen muss, um es anderen gerecht zu werden, um das Leben der anderen zu leben, aber nicht ich selbst. Was hindert mich immer noch daran, in meine Selbstverwirklichung zu kommen und dann schreibst du das mal alles auf einen Zettel, weil da kommst du auf eine andere Art und Weise an diesen ganzen Kram in deinem Unbewussten ran und im Unterbewusstsein. Dann schreibst du das, die am meisten Sinne des Wortes, von der Seele auf dieses Blatt Papier und dann gehst du hin, nimm dir dafür wenigstens 10, 15 Minuten etwa Zeit, also 15 Minuten reicht, aber wenigstens 10 Minuten etwa. Stell dir eine Uhr, konzentrier dich da auf nichts anderes und wenn du zunächst so, ja, das Gefühl hast, es ist eine Blockade da, dann nimm die Blockade einfach wahr und bleib aber vor dem Blatt Papier sitzen, bis der Wecker klingelt, bis die 15 Minuten um sind und ich garantiere dir, es werden Dinge aus dir herausfließen. Du wirst Dinge zu Papier bringen und dann gehst du hin und zerknüllst dieses Blatt Papier, wirfst es in den Eimer, wirfst es in den Ofen, wenn du vielleicht einen Kamin zu Hause hast und mit Holz auch ab und zu oder immer deine Wohnung heizt oder geh raus und zünde es an und übergib es in einem Ritual dem Universum. Gib es ab, lass los, atme und stell dir vor, wie dieser ganze Kram jetzt weggeht ans Universum. Entweder schaust du zu, wie es in deinem Ofen im Wohnzimmer verglüht oder du schaust, wenn du draußen bist, wie diese Flusen ins Universum steigen und du dich befreist von diesem ganzen, Entschuldigung, ist nicht meine übliche Ausdrucksweise, aber ich sage es jetzt einfach mal so derb, wie du dich befreist von diesem ganzen Scheiß, der bislang wie ein Damoklesschwert über dir liegt und dich daran hindert, in die Selbstverwirklichung zu kommen, im Sinne von ich wirke, das sagt der Volksmund uns doch auch. Und das ist genau das, wonach dein Herz schreit und auch dein Herz ruft. Es sind nur so viele Deckel über uns, die uns glauben lassen, das geht nicht, weil und was weiß ich nicht alles. Und mit diesem kleinen Ritual kommst du dir selbst in der Richtung ein großes Stück näher und wenn du es dann eben auch noch auf dem Weg machst, Entschuldigung, in diesem Ritual entweder bewusst in den Papiereimer wirfst oder es eben verbrennt, verstärkst du das noch. Und dann kannst du noch ausatmen durch den Mund, um das Ganze noch zu verstärken und dir einfach vorzustellen, wie dieser ganze Kram dein Bewusstsein verlässt und wie du immer mehr und mehr zur Klarheit kommst. Und bitte, hab jetzt nicht den Anspruch, das ist mit einem Mal getan und dann ist sofort alles anders. Du hast mit diesem Ritual dich grundsätzlich auf den Weg begeben und wenn mit einem Fingerschnipp alles komplett im Leben anders wäre, in deinem Leben, dann kämen wir damit ja auch nicht klar. Also es braucht diese Entwicklung, es braucht den Weg dahin. Wenn du einen Samenkorn in die Erde machst, dann braucht das auch Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn du das kleine Pflänzchen siehst, dann bringt es auch überhaupt nichts, wenn du daran ziehst, um es schneller groß werden zu lassen. Es braucht die Entwicklung. Und so triffst du heute die Entscheidung, indem du jetzt dieses Ritual hier an Hand bekommen hast, dich grundsätzlich auf den Weg zu deiner Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke, du wirkst, du erlaubst dir dein Potenzial endlich ans Tageslicht zu bringen. Und dann bist du auf dem Weg. Und der Weg ist das Ziel. Und dann geschieht auf diesem Weg folgendes noch. Ich habe hier so einen schönen Engel, der repräsentiert dich. Und hier ist metaphorisch gesprochen meine Hand eine Mauer. Und hier gibt es einen Gummiring. Das sind die sogenannten Gummibänder. Und du kennst das bestimmt auch oft aus verschiedenen Situationen. Du triffst eine Entscheidung. Vielleicht hast du oft in deinem Leben auch schon versucht, endlich auf deinen Herzensweg zu kommen. Und es ist dir nicht gelungen. Und jetzt bist du hier in dieser Gruppe. Und bist nochmal auf dem Weg. Und ich will dich wirklich wachrütteln und will dir helfen, da endlich durchzugehen. Und dann geschieht folgendes. Du kennst das mit Sicherheit aus Situationen aus deinem Leben. Du triffst eine Entscheidung und willst gehen. Dich auf den Weg zu deinem Herzen zu begeben. Und du gehst und du gehst. Und da kommen Hindernisse in Form von unsichtbaren Gummibändern. Und dann ziehst du dich wieder zurück ins Schneckenhaus. Dann vergehen wieder ein paar Monate oder Jahre. Dann denkst du wieder, verdammt nochmal, jetzt packe ich es an. Und dann beginnst du wieder zu gehen. Und gehst wieder. Gehst diesmal vielleicht mit einem Schrittchen weiter. Und dann beginnt das Gummiband immer stärker zu werden. Und dann ziehst du dich doch irgendwann nochmal zurück. Bist wieder im Schneckenhaus. Und dann drehen sich wieder ein paar Gedankenschleifen. Ein paar Tage, ein paar Monate, ein paar Jahre. Und jetzt stehst du vielleicht wieder hier. Und bist wieder am Gehen. Und merkst, da kommen die Widerstände nochmal. Da kommen die Widerstände. Es wird jetzt schwer. Da liegt gerade ein großer Brocken vor mir. Ein ganz großer Glaubenssatz. Eine ganz große Prägung. Oder, boah, was ist los? Was passiert jetzt? Und schau mal. Wenn du jetzt heute endlich die Entscheidung triffst. Ich gehe jetzt hier weiter. Was passiert denn dann mit dem Gummiband? Was geschieht, wenn du jetzt hier weiter gehst und nicht wieder zurück ins Schneckenhaus gehst? Wenn du hier einfach jetzt die Entscheidung triffst. Jetzt reicht es. Ich habe genügend wertvolle Lebenszeit an mir vorbeiziehen lassen. Ich kann diesen ganzen Kram aus der Vergangenheit teilen. Ich kann jetzt endlich mir erlauben, meinen Weg zu gehen. Den Weg meines Herzens. Ich kann mich jetzt endlich selbst verwirklichen. Ich gebe mir jetzt die Erlaubnis dazu. Ich ermächtige mich jetzt dazu. Ich befreie mich von allen Ohnmachtsgefühlen und von dem ganzen Kram, der in meinem Zellbewusstsein noch ist. Davon löse ich mich und wandle das alles um. Was geschieht dann mit dem Gummiband? Mit deinem unsichtbaren Gummiband? Es wird reißen. Reißen. Es wird reißen. Und was ist dann mit dir geschehen, wenn du da durchgegangen bist? Durch deine größte Angst. Hinter deiner größten Angst liegt dein größtes Potenzial. Was geschieht dann? Deine Flügel. Die werden sich ausbreiten und du hast so eine Kraft und Energie entwickelt, die dich fliegen lässt. Die dich in dein wunderbares Leben trägt. Ganz nach deinem Herzen. Ganz authentisch. Das zu sein. Dir so zu erlauben, wie du bist. Dich nicht mehr zu verbiegen. Nicht mehr zu denken. Das kann ich doch nicht, weil oder was denken die anderen von mir. Einfach du selbst zu sein. In deiner Einzigartigkeit. Und dich zu fragen, immer und immer wieder, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und was sind die Dinge, die mich Zeit und Raum vergessen lassen? Und aus dieser Kombination kannst du deinen eigenen Seelenberuf, Beruf, Ruf, Ruf der Seele entwickeln. Und dich zeigen und damit auch das Geld, die Geldenergie in dein Leben ziehen, die du brauchst, um gut leben zu können. Und die du brauchst für die Dinge, die dir am Herzen liegen, um anderen wiederum einen Mehrwert zu sein. Das heißt, dass du soziale Projekte unterstützen möchtest, dass du ein soziales Projekt ins Leben rufen möchtest, dass du Hilfsbedürftige unterstützen möchtest oder was auch immer. Und bitte verabschiede dich von dem Gedanken, wenn du diese Schritte hier schon gemacht hast, dann werden diese Gedanken aufkommen, wie soll ich denn damit Geld verdienen und, und, und. Und dann mach dir bitte bewusst, dass das nur wieder ein neues Gummiband ist, das dich gerade wieder zurückhalten will. Verabschiede dich davon und löse dich davon. Du kannst jederzeit wieder neu die Entscheidung treffen, auch da gehe ich jetzt durch. Und so gehst du Schritt für Schritt für Schritt in dein wunderbares Leben, das auf dich wartet. Vielleicht hilft dir noch folgende metaphorische, metaphorisches Bild. Diese höhere Instanz, an die du glaubst, was auch immer es ist, das Universum, Gott, Jesus, Mutter Maria, Allah, keine Ahnung, diese ganzen Ausdrücke, die wir hier haben, die an Religionen verknüpft sind, das ist ja alles von Menschenhand geschaffen. Ganz gleich, was das ist, an was du da glaubst. Das steht da irgendwo und beobachtet dich und schaut auf dich herab. Von oben, vom Universum, vom Weltall und denkt, kopfschüttelnd, was macht denn die da, was macht denn der da, wann wird denn der endlich mal wach und folgt endlich mal seinem Herzen. Macht endlich mal die Dinge, wozu er eigentlich dieses Licht der Welt da unten erblickt hat. Vielleicht hilft dir das auch noch so metaphorisch als Metapher. Sabine, Christine, danke, dass ihr das hier mit uns teilt im Kommentarfeld, dass du das auch mit uns teilst, Christine. Das zeigt, dass dein Herz danach schreit, deinem Herzen zu folgen. Weil wenn solche Emotionen aufkommen und Tränen fließen, dann stößt das auf Resonanz in dir. Bring es in die Heilung. Geh da deinen Weg. Und was ich euch allen auch noch mit ans Herz legen kann, hol dir Hilfe, dann wird es leichter. Es kann auch einfacher und leichter sein, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem hilft, diesen Weg zu gehen. Der einem auch die Schritte zeigt, wie man dorthin kommt, wie man diesen Weg geht. Damit es leichter ist, die Brocken beiseite zu räumen. Damit es leichter ist, wenn sich weitere Gummibänder auftun, dass die sich lösen können. Das ist das Wertvollste mit, was ich an meiner Seite hatte. Auch heute noch sind meine Coaches, die auch mich coachen. Und so hol auch du dir Hilfe von jemandem, der dort steht, wo du hin möchtest. Wir haben uns als Kinder, als Kleinkinder, als wir gesehen haben, irgendwie im Umfeld, die laufen irgendwie alle aufrecht auf zwei Beinen. Und ich krabbel hier noch auf vier Beinen rum. Da haben wir die Entscheidung getroffen, ich will jetzt auch aufrecht gehen. Was haben wir gemacht? Wir haben selbst versucht und versucht und versucht und versucht. Sind tausende von Malen hingefallen, haben geweint und haben uns wehgetan. Wir haben uns an der Hand dann nehmen lassen, von Papa, von Mama, vom Umfeld. Haben uns an die Hand nehmen lassen, damit es dann besser gelingt, aufrecht zu gehen. Und irgendwann hat es geklappt, konnten wir selbst aufrecht gehen. Wir sind einmal mehr aufgestanden, als wir hingefallen sind. Das hast du dir selbst auch schon bewiesen, dass du es kannst. Erst in der Schule haben wir gelernt, lesen und schreiben von einem Lehrer, der es uns beigebracht hat. Als wir dann autark unterwegs sein wollten, hatten wir den Wunsch, den Führerschein zu machen, damit wir flexibler sind und uns dann ins Auto hocken können und dann dorthin fahren, wenn es uns passt und nicht irgendwie auf Bus oder Bahn angewiesen sind. Dann hast du das auch erreicht, dann hast du das Ziel verfolgt. Und jetzt geht es um diesen nächsten Schritt, dich selbst zu verwirklichen. Deinen Seelenplan wieder zu entdecken, dein Potenzial zu entfalten. Und all das, was jetzt hier aufkommt, was dich zum Weinen bringt, was dich berührt im Herzen, das sind genau die Dinge, die in dir auf Resonanz stoßen, die angeschaut werden möchten, die du jetzt in die Heilung bringen kannst, indem du Entscheidungen triffst. So, weg mit dem ganzen Kram. Ich befreie mich jetzt. Mach bitte dieses Ritual, über das wir eben gesprochen haben. Und du wirst merken, wie es dir besser geht und du erste Schritte auf deinem Weg machst. Okay, ich schicke dir eine ganz liebe Umarmung. Hab einen wunderbaren Tag. Mach das Ritual und beginne mehr und mehr zu wirken, im Sinne von ich wirke, authentisch zu sein. Erlaube es dir. Erlaube es dir. Trauma, Unfall, kann man das auflösen, habe meine Erinnerung verloren. Ich war elf damals. Ja, das geht, Christine. Natürlich kann man das auflösen. Das sind ja alles Dinge, die hier in unserem Gehirn als Synapsen miteinander verbunden sind. Und diese Erinnerung ist da und das prägt jetzt einfach und hält dann zurück. Und so wie das entstanden ist, durch ein Schockerlebnis, durch ein Traumaerlebnis, durch was auch immer. Da mögen vielleicht auch noch andere Dinge mit eine Rolle spielen. Andere Erlebnisse, Begebenheiten, vorher oder auch nachher. Natürlich, es ist alles lösbar. Alles, definitiv alles ist lösbar. Eines geht nicht. Das kann niemand von uns. Wertvolle Lebenszeit nochmal zurückdrehen. Das geht nicht. Aber alles, definitiv alles ist heilbar und veränderbar. Der erste Schritt ist, dass du eine Entscheidung triffst, jetzt ist Schluss mit diesem ganzen alten Kram. Jetzt ist Schluss mit diesen ganzen, Entschuldigung, scheiß Geschichten, die ich mir bislang erzähle. Jetzt gehe ich durch meine größte Angst, durch diese Wand. Jetzt sprenge ich alle Gummibänder, die mich immer noch klein halten und mich immer noch halten. Und dann wirst du merken, rückblickend, dass vielleicht genau dieses Traumata, dieser Unfall oder was auch immer es in deinem Leben ist, geschehen musste. Weil vielleicht genau das dich jetzt dann wiederum ausmacht, weil du das gemeistert hast und zum Beispiel dann anderen Menschen dabei helfen kannst, auch aus ihren Themen herauszukommen. Es gibt Studien darüber von Menschen, die durch einen Unfall zum Beispiel im Rollstuhl gelandet sind, querschnittsgelähmt sind, die man Jahre später befragt hat und die gesagt haben, und das mag jetzt paradox klingen, aber es ist so. Es war das Beste, was mir geschehen konnte, weil das und das daraus entstanden ist. War dieser Weg bis dahin dann einfach? Nein, natürlich nicht. Der war mit Operationen, der war mit Schmerzen, der war mit, was weiß ich, allem verbunden, mit Geldverlust und, und, und. Aber sie haben ganz, ganz wertvolle Aspekte daraus gewonnen und es musste geschehen, es gehörte zum Lebensplan dazu, dass sie in ihre wahre Kraft, Stärke und Energie gekommen sind. Und so wiederum unter dem Aspekt mit ihrer jetzigen Gabe beantworten können, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt und so diesem schrecklichen Unfall noch einen Sinn darin erkennen konnten und so auf ihren Weg gekommen sind. Oder auch, hier wäre jetzt ein ganz krasses Beispiel, im Rollstuhl gelandet, es gibt auch irgendwelche, was weiß ich, einfach Unfälle, wo sich das Bein gebrochen haben oder, keine Ahnung, irgendetwas, was damals als ganz, ganz schlimm empfunden wurde. Und rückblickend betrachtet sind Dinge daraus entstanden, die zur Selbstverwirklichung geführt haben, zum Seelenplan. Auch wenn man in dieser Situation dann zunächst den Sinn nicht sieht, es hat alles seinen Sinn. Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ordnung. Auch wenn man denkt, da ist das komplette Chaos. Es hat alles seinen Sinn. Und du bist jetzt hier und hast diese ganz, ganz wertvollen Erkenntnisse für dich heute gewonnen. Mach was draus. Mach das Ritual als Start und begib dich auf den Weg zu deinem Herzen. Und beginne dich selbst zu verwirklichen und allen anderen Kram endlich loszulassen und in diese Richtung zu gehen. Den lichtvollen Weg und den liebevollen Weg jetzt zu wählen und aufhören, dich zu quälen. Denk an den 100-Euro-Schein. Du bist immer noch die gleiche wertvolle Persönlichkeit. Nur mit ein paar Knittern und Falten. Alles ist heilbar. Okay. Christine macht mich total traurig, mich nicht zu erinnern. Ich glaube, da brauchst du wirklich Hilfe von außen. Denn gerade bei Traumata, wenn man sich selbst in diese Situation hineinversetzen würde, um die zu heilen, das ist einfach heftig. Und da brauchst du einfach eine neutrale Energie, also jemand von außen, der sich auskennt, der einen da durchführt, um diese Verbindungen im Gehirn zu heilen, beziehungsweise andere Verbindungen herzustellen und zu lösen. Was ich euch dir eben hier mit auf den Weg gegeben habe, mit diesem Zettel. Das ist sehr wirkungsvoll und da kommst du an vieles ran. Und da kannst du dich auch selbst nicht in eine heftige Situation bringen, sondern du kannst es dir nur selbst bewusst machen. Aber wenn ein Traumata dahinter steckt, das ist so ein natürlicher Impuls von uns, dass wir da komplett zumachen und uns daran nicht mehr erinnern. Aber auch das ist heilbar, nur in dem Falle dann mit einer Hilfe von außen, die sich auskennt, die dich da leitet, an der Hand nimmt und auch jetzt rückblickend nach vielen Jahren den Sinn erkennen lässt, warum das damals geschehen musste, damit du deine wahre Gabe, deine Stärke, deine Energie entwickeln kannst. Alles Liebe, wir sehen uns morgen nochmal um 8 Uhr. Ciao, ciao.